So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppechen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part aus Final Fantasy Crystal Chronicles für die Englisch-Freunde unter euch. Ja, wir machen weiter. Ich muss mir mal ganz kurz meine handgeschriebene Let's Playlist holen. So, dann will ich mal gucken. Ja, Steckplatz A. Na, komm schon. So, ich habe, wie ihr seht, mit jedem Charakter den ersten Dungeon abgefarmt. Also ungefähr fünfmal, dass sie alle relativ gleichen Start haben. Hm. So, der nächste Charakter, der Part 2 beinhalten wird, ist die liebe Hino. Oh. Ähm. Und, ja, jetzt will ich mal was gucken. Hm. Wie ist denn der Missmarschstrom? Kann ich den irgendwo angucken? Kann ich mir den jetzt schon irgendwo angucken? Nee, kann ich nicht. Normalerweise müsste man... Nee, okay, schade. Dann kann man das wohl doch erst im ersten Lehrjahr machen. Äh, im ersten Lehrjahr. Entschuldigung, da kann man das doch wohl erst im nächsten Jahr machen. So, der hat... Ah, das müsste eigentlich passen. Ich kann das jetzt über den Grabber nicht ganz so gut erkennen. Ob... Ja, wir haben blau. Okay. Das ist der erste Missmarschstrom. Ähm, das ist genau das, was uns sozusagen sagen wird. Ja, der wird uns jetzt noch ein bisschen sprechen. Ähm, ein Missmarschstrom. Diese merkwürdige Atmosphäre geht mir durch Fell und Bommel. Hier fühle ich mich unwohl, obwohl uns nur Kriegs das Missma nichts ausmacht. Für dich ist die Reise durch die weltvollen Missma sicher auch nicht einfach. Das Reisen ist immer in einer Welt ohne Missma sicherer, angenehmer. Aber was wäre schon? Eine Reise ohne Herausforderung. Und bestehende Herausforderungen bergen die Weisheit des Lebens. Ja, der labert nur so einen Stuss. So hin, um Mädchen. Ähm, wollen wir mal los. Ja, wenn wir... Also wenn jetzt unser... Unser Kristall hat die Eigenschaft Wasser. Von daher hält sich das noch stark in Grenzen. Wenn das nicht der Fall wäre, würden wir auch einfach wieder zurückgeschubst werden. Also jetzt keine Sorge. Wir werden ja jetzt keine Energie verlieren. Wir können aber jetzt auch so nicht durchlaufen. Also, ja. Das ist der nächste Abschnitt. Das wurde auch tatkräftig ins Tagebuch eingetragen. Und... Und... So, Missmarschdum. Ähm... Der nächste Dungeon... ...ist der Pilzwald. ...ist der Pilzwald. I dreamt that I was lost among the Tordstools. I awoke in tears. Felt the warmth of my mother's embrace as she comforted me. It is something I still remember to this day. Der Pilzwald. Der Pilzwald. Mushroom Forest. Ja. Gut. Da hat die Hino sich ja eine schöne... Linksfonds rausgesucht. So, die Hino ist... Ähm... Natürlich mit Phoenixfetern ausgerüstet. Stärke 30. Abwehr 28. Magie 12. Erinnerung 2. Ähm... Der Hino gefällt Fleisch und Fisch. Das ist ganz gut. Ähm... Ich zeige euch mal kurz die Artefakte. Hier. Schurigen Streithammel. Also, die habe ich ein bisschen auf Stärke aufgebaut. Und von daher sollte das kein Problem sein. Buckler. Mocktasche natürlich. Und... Ja. Jeder Charakter hat fünf spezielle... Ähm... Wie heißt's? Na. Ähm... Artefakte. Die zu ihm passen. Die Hino läuft hier mit einem... Ähm... Mit einer fetten Keule rum. So. Dahin kommt Vita. Ich muss mal ganz kurz die Sound-Einstellung ein bisschen anpassen. Ich finde das nämlich gerade... ...ein bisschen zu laut am Übersteuern. Ja. Das mit dem Videograbber ist nicht ganz so praktisch. Dafür muss ich es aber in OBS ein bisschen lauter schalten. So. Das sollte soweit gehen. Hoffe ich zumindest. Ah. Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht mal so ein bisschen leiser. Ja. Das passt schon. Gut. Mh... Oha. Ja. Zwei Schläge. Hino ist eigentlich, was das angeht, gut gerüstet. Und von daher... Ja. Eis. Eigentlich bräuchten wir hier Feuer. Ja. So. Hino ist nicht ganz so schnell im Zaubern. Da bin ich... Muss ich aufpassen, weil beim letzten Mal habe ich die Sakura ein bisschen gelevelt. Und Sakura ist zwar von den Yooks, die jetzt von menschlicher Seite aus gesehen jetzt nicht die hübschesten sind. Aber dafür sind die saugut im Zaubern. Das muss man denen lassen. Von daher... Okay. Da komme ich nur runter. Alles klar. Ich kenne mich im Pilzblatt noch nicht aus. Schon eine Weile her, dass ich den gespielt habe. Von daher... Ich kenne das Spiel zwar halbwegs. Aber ich werde mir doch durchaus für das Let's Play den einen oder anderen Ratgeber vielleicht doch mal zur Rate ziehen. Oder gegebenenfalls einfach mal ein bisschen herunterfailen. Das ist eins von diesen besonderen Monstern. Aber die Hino ist mittlerweile stark genug. Und den Buckle haben wir bekommen. Und Eisen. Eisen ist nicht unwichtig. So. Alles klar. Mist. Ach so, ja. Ich habe jetzt gedacht, das wäre einer von diesen Gegnern. Aber das ist ja unser komischer Vogel. So. Hier können wir also zur Not Rundmais erhalten. Ja, wir kriegen hier ganz viele Sachen. Das meiste davon werde ich aber verkaufen. In diesem Part machen wir den Pilzwald mit der Hino. Wollen wir mal gucken, wie sich das Mädchen hier schlägt. Nein. Nein, nein, nein. Hier kommen wir runter. So, hier gehen wir mal runter. Super. Oh, Feuer ist immer sehr gut. Vor allem hier im Wald. Ich meine, Wald und Feuer, das verträgt sich nicht. Von daher, im Realife immer schön mit, äh, weg mit dem Feuer. Ja. Aber hier können wir ruhig mal, hier virtuell gesehen, können wir ruhig mal ein bisschen mit Feuer spielen. Ne, Hino? Nicht immer mit dem Feuer spielen, ja. So, die machen böse Arme. Oh, mit, ich, ich weiß nicht. Ich hab als Kind immer nur den Klavat gespielt und war jetzt relativ wenig, ähm, wie heißt's, relativ wenig mit anderen Klassen unterwegs. Deswegen ist das für mich außerhalb vom Klavat ein bisschen schwierig. Und ich muss mich stark, wir haben eine relativ weite, Dingsbombs, wir haben eine relativ weite, ähm, Angriffsrange für Dingsbombs, na, wie heißt's, für den, ähm, für den Spezialangriff. Also aufgeladenen Angriff. Ich glaub, die, die sind halt eher auf, die sind halt ganz gut im Kämpfen, genauso wie die Liliths. Ja. Das Kämpfer sind eigentlich ziemlich viele begraben. Ich versuch den Dungeon beim ersten Mal, wo gut es geht, abzufahren. Also hier mitzunehmen, was geht. Weil beim nächsten Mal werden wir auch eine neue Stadt besuchen. Also, wie gesagt, in dem Let's Play, ähm, auf jeden Fall den Dungeon. Und dann guck ich mal, wie lange ich brauche, aber in der Regel brauchen wir nicht lange. Oh, Erdemblem ist ganz gut. Neues Herzchen für die Hino. Super. Naja, so lange brauchen wir für die Dungeons eigentlich nicht. Vor allem, wenn wir die jetzt am Ende eigentlich nur noch abgras für die, ähm, Dingsbombs, dann geht man eigentlich relativ schnell, was das angeht, durch. Und Bronzefäustling, das ist was für die Liliths, das ist jetzt nichts für die Hino. Aber was das angeht, bin ich eigentlich soweit ganz gut, ähm, bin ich eigentlich mit allen Charakteren, mit allen Vieren, bin ich sehr gut, äh, wandert. Also, das habe ich dann offscreen sehr gut vorgelegt. Also, von daher wird das alles nicht großartig ein Übergang sein. Das bedeutet sozusagen, das Einzige, was halt schwierig ist, ich konnte noch keine Haube für die Sakura machen, weil ich für den Helm, für die Jux, also für unsere Sakura-Chan, konnte ich, ähm, noch keinen Dingsbombs finden, noch keinen Hersteller, weil dafür brauchst du keinen Schmied, sondern dafür brauchst du einen Schneider. Wir haben aber leider, 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 Bronze, Panzer, Anfänger, Waffe kann alles weg. Die haben alle ihre passenden alchemistischen Blaupausen. Ähm, das Problem ist, die Jux, beziehungsweise unsere Sakura, die braucht einen Schneider für ihren Helm, während der Riemen für, äh, der Riemen für Selkis, also der Gürtel für Selkis, nie nur in dem Fall, ähm, na wie heißt es, ähm, vom Schmied hergestellt werden kann, genauso wie das Schild für den Sascha oder den, äh, Fäustling für unseren Christopher-Insel. Ist es möglich, ist es halt für die Sakura halt möglich, einen Dingsbombs zu finden. Der hat Gift sauber, also immer Vorsicht auf. Am besten gar nicht was treffen lassen von denen. Wir haben jetzt relativ wenig mit Dingsbombs zu tun, äh, er zieht trotzdem gut ab. So, ich würde mich jetzt nochmal heilen. Ja, das Stopp Dingsbombs, ähm, das ist ein Stufe 3 Zauber. Das bedeutet, der ist relativ eklig. Der fängt jetzt gleich an zu kratzen, also hier einfach dann weg. Und dann vergiftet er euch nicht. Die können wir gut wegtanken, die Hino ist ja relativ gut gewappnet, was das eben wird. So, jetzt zieht er uns aber. Hier, vergisst es, die Hino vergift es dir nicht. Ja, durch das Farmen sieht das, sieht das alles schon wesentlich besser aus. Das ist gut. Das ist super. Ich weiß nicht, ob er den Grabber steuert. Ich glaube, das werde ich demnächst doch weiterhin, das mit dem Sound, werde ich vielleicht ab den nächsten Parts auch wieder über das Mischpult machen, weil ich hab so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das auch in der Endaufnahme bei euch dann übersteuert. Bei mir übersteuert das gerade extrem so ein bisschen. Ich glaube, der Video Grabber ist damit ein bisschen überfordert. Ich weiß nur nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob das vielleicht noch eine Aufnahme ist. Ja. Tristallkelch, zwei Drittel voll, super. Beim Farmen sind mir auch ein paar Events passiert. Die werden wir aber beim Jahresabschluss nochmal nicht sehen, aber lesen können. In unserer Chronik. Und dementsprechend, ja, ist halt die Frage, ich glaube, das werden wir mit dem Christopher machen. Post bekommen. Bitte sehr, Coupo. Dankeschön. Einen Brief von Roland bekommen. Ich glaube, den ersten Brief, den man bekommt, kriegt man immer von Roland. Bist du wohl auf, mein Kind? Ich weiß, deine Reise wird auch von Leid und Qual begleiten. Moment der Einsamkeit möchte, dass du an uns denkst, an deine Freunde und Familie. Super. Nee, nichts bei Füllen, weil Roland ist der Bürgermeister, der... Bei dem bringt das nichts. Super. Wird zugestellt, Coupo. Wunderbar. Auf Wiedersehen, Coupo. Boah, das mit den hellen Stimmen kriege ich echt nicht hin. Gegenstände nicht aufheben. Super. Der Bonus ist mir aber relativ egal, weil ich alleine spiele. Ja, es ist gerade ein Dublo. So. Hm. Wie man sieht, Streithammel, Schuriken, Buckler haben wir alle schon im ersten Dungeon abgefarmt. Das bedeutet, wir könnten jetzt die Magie steigern durch den Silberreif. Bringt bei der Hino aber nicht ganz so viel, wegen der Klasse. Deswegen nehmen wir das Erd-Emblem. Dann hat die ein Herzchen mehr. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Super. Wurde auch ins Tagebuch eingetragen. Wunderbar. So, und die Stadt hier oben möchte ich noch besuchen. Marl. Super. Da schwingt sie mit dem Rhythmus. Super. So, hier können wir ganz viele Leute treffen. Willkommene Marl. Hier kannst du deine müden Knochen ausruhen. Oh, super. Wir reisen gerne. Deswegen haben wir uns für diesen Beruf entschieden. Alles klar. Wir sehen auch Arno. Der Schmied macht sich Sorgen. Dabei schmiedet er und mein Mann ganz verschiedene Sachen. Ja, das sind die zwei Schmiedesachen. Also wir könnten natürlich auch hier anfangen zu schmieden. Ich bin ein Schmied und schmiede sämtliche Waffen. Anfängerwaffe ist Schlagkeule. Die könnten wir herstellen. Die Frage ist aber, habe ich die schon? Ich glaube allerdings schon. Genau, Schlagkeule habe ich hier immer nachgucken, was ihr schon habt und was ihr noch nicht habt. Legt einfach da dran. Es bringt nämlich sonst nichts. Weil die Rüstungsskizzen und die Materialien für Rüstung kann man verkaufen. Bringt Kohle. Aber, jetzt kommt das große Aber. Fertige Rüstung leider nicht. So, angeblich soll einer unterwegs sein, der seine Waffenkunst verbessern will. Alles klar. Hardy, den werden wir auch öfters treffen. Im Verlauf der Zeit werden Erinnerungen vergessen oder Erinnerungen werden verschönert. Und es wird gesagt, dass die vergessene Erinnerungen sich in den Tau der Myrée verwandeln. Irgendwo auf dieser Welt. Der labert immer nur so einen Stuss. Also am Anfang Stuss. Hier zum Beispiel. Ich bin Schmied. Schlagfertige Rüstung gibt es bei mir. Hier können wir zum Beispiel, ähm, ja, Bronzefäustling, der Lilitz. Aber wenn ich mal bedenke, was wir alles, ähm, bezahlen müssen. Für den ganzen Gramm bringt das natürlich nicht viel. Ich kann schon Wäsche waschen. Auch kochen kann ich. Ah, super. Das machst du toll. So. Hier. Ja, genau. Hier war noch so ein komisches. Hier war noch so ein komisches Vieh. So. Mein Mann schläft oben. Hier können wir aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Wir können den Typen hier, ähm, rot färben, blau färben, grün färben. Hm. Wir können unseren Coupé hier waschen. Das scheint dem echt zu gefallen. Und ansonsten können wir den färben. Was diese Farben so bedeuten hat. Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Ähm, ich mache den eigentlich manchmal ganz gerne rot. Und dann bleibt der aber auch rot. Hahaha. Ähm, ich weiß es echt nicht. Ich, keine Ahnung. Also, vielleicht, ich munkel es auch nur. Vielleicht kann es passieren, dass der dadurch, dann kann er auch ein bisschen stürzen, ja. Aber, brrrr. Ganz im Ernst, komme ich mal den rot an. Ähm, der kann ja auch in Kämpfen, kann der ja mit Zaubern rumeiern. Die Frage ist nur, was macht er dann? Ähm, kann es zum Beispiel sein, wenn wir den jetzt rot färben, dass er öfters mal mit Feuer oder so rumeiert. Aber, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, benutze ich ganz selten. Weil, wenn der den Kristallkelsch trägt, kann er natürlich nicht zaubern. Das bedeutet, er müsste das Ding stehen lassen. Also bringt mir das im Endeffekt gar nichts. Wir können den hier so ein bisschen drehen. Das habe ich auch ganz, ganz spät erst entdeckt, dass das geht. Ähm, ich habe den nämlich immer nur von einer Seite aus so gemerkt. Und von daher, ja, man lernt nie aus, ne. Als Kind hat mich das nie so interessiert, weil das einfach nichts bewirkt hat. Oder zumindest, ähm, wusste ich das nicht. Man konnte es damals auch nicht nachlesen, ne. Also, wie gesagt, das ist alles, dass man das alles so nachlesen kann. Ja, das ist noch nicht so lange her. Äh, es, ja, es ist schon länger, aber damals. Das musste man halt schon irgendwo was in der Zeitschrift nehmen, ne. Kann ich auch drinnen. Nein, die Endzone und die Kidzone habe ich immer gekauft. Aber irgendwie stand da aus, von den Spielen nicht wirklich viel drin. So, hier an der Seite noch, wenn schon richtig. Ja, die hintere Seite ist jetzt nicht ganz so farbenfroh. So, jetzt noch hier. Wenn schon komplett, ne. So, den Bommel können wir nicht machen und das Gesicht auch nicht. Wir können nur das Fell von dem färben. Ja, man kann sich da einen Spaß draus machen. Tolle Muster machen. So, jetzt haben wir so einen roten Fellknäuel. Ich will aber eigentlich nur den Stempel hier haben. Oh, der ist am Schlafen. Guten Tag. Guten Tag. Kupo, willst du einen Honig, äh, willst du einen Mockstempel haben? Kupo, richtig. Dann gibt es jetzt einen Stempel. Kupo. Super, dieser Mockstempel gibt es nur einmal. Deswegen gibt es sofort ein Minispiel, Kupo. Und um das Minispiel spielen zu spielen, musst du einfach einen Mocker ansprechen, der dir einen Stempel hat. Kupo, okay. Aber es gibt eine kleine Bedingung. Das Minispiel kann nur im Mehrspieler-Modus gespielt werden. Dazu muss mindestens ein Game Boy Advance über ein Nintendo Game Boy Advance Kabel mit dem Nintendo GameCube verbunden sein. Verstanden? Alles klar. Ähm, dieses Advance Kabel habe ich nicht. Ich habe auch nur ein Game Boy Color und kein Game Boy Advance. Nein! Hm, vielleicht müsste ich mir da mal wieder was bestellen. Alles klar. Ja, so. Ähm, hier haben wir größer als alles, was wir brauchen. Normalerweise fand man das nicht so extrem ab, wie ich das mache. Und kann hier natürlich noch mit dem Händler sprechen. Äh, wir haben gegenüber... Was? Gegenüber von der Erberge. Äh, wir sind reisende Händler. Wir verkaufen allerlei Zeug. Hier kann man Zeug kaufen. Mit Tril ist natürlich schweineteuer. Bronze, Splitter und so. Ähm, Kämpferwaffe. Das macht natürlich Sinn, aber... Boah, wir haben so wenig Kohle. Also hier kann man schon echt anfangen und vielleicht... Ja, ich kann natürlich jetzt hier echt anfangen. Ich müsste normalerweise echt anfangen und hier voll abfahren. So, die Hino mag ja Fleisch und Fisch. Also tun wir mal den ganzen vegetarischen Kram hier wegschmeißen. Den brauchen wir nämlich nicht. Wasser genauso wenig. Die Hino kommt ohne aus. Anfängerwaffe haben wir schon. Bronze Panzer haben wir auch schon. Das ist nur für den Christopher. Der muss es leider selbst abgrafen. Ja, das war die Stadt mal. Und ich würde auch sagen, das war dann auch... Wie lang sind wir? Ja, 23 Minuten. Das passt schon. Ich würde trotz alledem gerne mal probieren. Ähm, ob ich genug... Äh, eine Phoenix-Feder könnte ich verkaufen. Dann kaufe ich mir mal eine Kämpferwaffe in der Hoffnung, dass die Eisen frisst. So. Kämpferwaffe. Die braucht noch einen Edelstein. Oh, der ist, glaube ich, schweineteuer. Ich weiß gar nicht, wo man den herkriegt. So, Edelstein. 250. Boah, da muss er aber... Kohle habe ich jetzt nicht so viel. Okay. Also hier kann man schon echt, ähm... sich ein bisschen OP drüberhauen. Ähm... Ich brauche eigentlich nur einen Edelstein und Eisen, ne? Mal gucken. Kann ich das schon? Können wir die Hino... Können wir die Hino mit der Kämpferwaffe schon ausrüsten? Ja, Kämpferwaffe... Ja, können wir. Wir haben aber nicht genug Geld. Doppelkopf. Sieht doch... Hört sich schon mal gut an. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch genug Zeug loswerden. Edelstein? Nein. Eisen brauchen wir auch. Und ich kann sonst, ja... Obst kehren. Das bringt alles nicht viel, ne? Ja, das bringt alles wirklich nicht viel. Das ist schade. Gut, dann muss ich mit der Hino bei... Muss ich mit der Hino-Offski nochmal ein bisschen, ähm... Kohle abfarmen. Ja, wir können jetzt links oder rechts hier rausgehen. Das ist eigentlich... Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee. Ins Tagebuch eingetragen. Ja, im Jahresabschluss können wir den ganzen Schritt nochmal angucken. So, hier gibt es... Ja, den können wir eigentlich auch noch besuchen. Mal gucken, wie es am Jägernfluss so aussieht. Der... Hat jetzt aktuell noch nicht so viel... Zu sagen... Lesen. Links, rechts Erzmienengebirge, links Anlegestelle. Du, 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 du... Ja, wir können natürlich nicht ins Wasser. Auch nicht die Füße reinhalten. Das ist natürlich schade. Ansonsten gibt es hier wirklich nichts. Wir können hier auch nicht rein oder so. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Vielleicht irgendwas finden oder so. Aber hier gibt es nichts. Noch nichts. Wird später noch interessant für uns. Na, Hino. Blöd gelaufen, ne? Naja. Mal die Füßchen ins Wasser gehalten. Ist doch auch mal was Feines. So, wir müssen die Stadt nicht immer besuchen. Wir können hier auch so rüber. So, ähm... Der hat die Eigenschaft R. Das bedeutet, wir müssen in dieses... In diese Mine rein. Hier kann ich euch gleich auch mal zeigen, ähm... Wie das dann aussieht, wenn der Mismar-Strom uns verweigert. Genau. Und da wären wir zurück. Gestoßen. Hier ist auch... Hier ist auch niemand. Also man kann es übertreiben. Wenn man genau hinguckt. Also... Nee. Warum müssen bei solchen Spielen die Brust-Engine immer eine eigene Physik besitzen? Wieso? Weswegen? Warum muss das so extrem wabbeln? Das ist doch völlig... Quatsch. Würden die damals keine BHs tragen? Natürlich. Sieht man doch. So. Naja. Auf jeden Fall. Das war's. Ich werde jetzt hier nochmal speichern. Nicht, dass ich beim nächsten Mal irgendwie voll verkacke. So. Speicherplatz 1. Das bedeutet für mich, ich werde den Pilzwald vielleicht nur dreimal abfarmen. Offscreen. Mit jedem Charakter. Und, ähm... Dann... hab ich eigentlich genug um die Dingsbums... Dann hab ich eigentlich den Pilzwald genug abgefarmt. Oder auch nur zweimal. Ich weiß es halt nicht, weil ich den ersten schon so häufig abgefarmt hab. Kann es natürlich sein, dass es keinen Sinn macht. Sprich, irgendwann kann man dann auch keine Relikte mehr aus dem Wald sammeln. Dann wird man auch nicht stärker, außer man fand irgendwie Kohle oder so. Mh... Macht aber jetzt an sich nichts. Von daher, ähm... Wenn jetzt dieser Wald mir jetzt keine neuen Relikte mehr geben sollte und der Charakter keine neuen mehr kriegen kann, dann... hab ich dennoch genug abgefahren. Also bis dahin, macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten paar schön fleißig in die Kommentare reinschreiben. Solange das erste Jahr noch nicht fertig ist, können immer noch Charaktere dazukommen. Wenn das erste Jahr fertig ist, dann... Ja, im zweiten Jahr geht das theoretisch auch noch. Aber im dritten, ähm... ist die... muss die Karawane dann fertig sein. Liegt einfach da dran, weil die Dungeons dann für einen neuen Charakter, der noch kein Equipment, noch keine Relikte, etc. hat, einfach zu stark sind. Also bis dahin, macht's gut, Leute. Bleibt sauber. Bleibt nett. Schöne Weihnachten. Wir sehen uns. Cheerio.